Liebe Lagerarbeiter der Firma Rüge, heute wende ich mich mit einem kleinen Sendung mit der Mauserklärvideo an euch. Ich möchte euch heute erklären, wie man solche Euronormkisten öffnet. Es ist ganz einfach. Diese Kisten haben diese weißen Verschlüsse. Braucht man zum Öffnen einen Hammer und einen Nagel, um die Dinger großflächig zu zerstören? Nein, es geht ganz einfach. Braucht man eine Flex, um sie vielleicht aufzusägen? Nein, es geht ganz einfach. Man nimmt einfach seine Finger, sieht die rot markierten Pfeile, macht diese Verschlüsse zusammen. Nein, wir machen das hier, wir machen das an diesen. Man drückt die Verschlüsse zusammen, wie mit den rot markierten Pfeilen klar zu sehen. Man klappt die Kiste einfach auf. Man muss gar nicht bei jedem Auftrag vier von den teuren Verschlüssen kaputt machen. Es geht ganz einfach mit dem rechten und dem linken Daumen. Frohe Weihnachten!